Mann, Alter, umgeheiz kann man sich da gar nicht mehr hängen, Mann. Was erzählst du denn da für ein Bullshit, Alter? Jo Klee! Wo sitzt sie dran? Außen! Moment, er war doch noch im Auto. Großer Auftritt. Ja, und dein Vater ist du? Nein. Äh, ja. Hau ab, du fuck! Fuck, sag ich nicht. Eifersüchtig. Abbruch. Lass uns reden! Lass uns reden! Okay, dann lass uns später reden. Moment, du bist im Bild. Okay. Wohin, Alter? Sinna. Was? Schon wegen die... Ach... Nochmal. Was? Schon wegen... Schon... Was? Schon wieder wegen dieser Sinna-Fotze. Und bitte! Was? Schon wieder wegen dieser verfickten Fotze? Schon wieder wegen dieser verfickten Fotze? Okay, nochmal. Und bitte! Was? Schon wegen... Schuhe! Schuhe! Schuhe!